Moin Leute, wir reagieren. Hier ist Arnold, die Reaktion des Körpers auf mutigen Versuches eines Riesen. Da war einfach ein Bild, wo Kohlen selber gut tankt wurde. Und heute ist er im Human-Biologischen Museum in Holland. Und schau, das ist die erste biotechnologisch hergestellte menschliche Haut der Welt. 2011 züchteten holländische Wissenschaftler eine Ziege, die in ihrer Milch Material für Spinnnetze produzieren konnte. Und sie verwandelten dieses Material dann in menschliche Haut. Diese Haut ist 15 mal stärker als Stahl. Und sie kann Kugeln vom Kaliber 5,56 aufhalten. Die Studie wurde offiziell beendet. Aber was wäre, wenn die Experimente im Geheimen weitergehen? Glückwunsch Arnold, du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow, du lebst ja noch, Superman. Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie, die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwärmer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 Zentimeter dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres, zum Beispiel eine Haut aus Fullerin. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstocks. Und es ist 200 mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch Arnie. Deine Fullerin Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem super geheimen Labor. Genau, Arnold. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Oh ja. Jedem das Seine. Aber pass auf, dass dein eigener Stahlsinn nicht auf die schiefe Bahn gerät. Selbst Superman hat Schwächen. Hast du wirklich geglaubt, dass keine Waffe deine Haut durchdringen kann? Träumst du davon, Spider-Man zu sein? Das ist cool. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du von der Spinne gebissen werden willst. Das ist eine schwarze Witwe. Das Gift dieser Spinne ist 15 Mal stärker als das Gift einer Klapperschlange. Gut, dass sie nicht gleich Menschen angreift, sonst würde dir das leid tun. Warte, Arnie, hast du die Spinne verschluckt? Der Weg zum Magen durch die Speiseröhre ist wie eine steile Wasserrutsche mit einem Becken voller Salzsäure am Boden. Und diese Säure wird das Gift der Spinne neutralisieren. Wenn du die Spinne mit einem Glas Wasser hinunterspülst, erreicht sie den Magen in nur zwei Sekunden. Aber ohne Flüssigkeit dauert der Fall neun Sekunden. Und sie hat viel Zeit, dich zu beißen. Also, Arnie, mein bester Freund, mach dich bereit. Das Gift der schwarzen Witwe enthält das Neurotoxin Alpha-Latrotoxin. Wenn du am Bissen wirst, heftet sich dieses Neurotoxin an die Rezeptoren der Nervenzellen und verursacht doch einen Kalzium-Einstrom. Und das, wenn du hormonefrei Krämpfe und Lähmungen verursachen. Arnold, du wolltest doch Superkräfte, oder? Jetzt halten deine Bauchmuskeln sogar im Vorschlaghammer stand. Und was ist mit einer vierstündigen Erektion? Oder Augen, die aus ihren Höhlen ragen? Ich finde, du siehst eher aus wie ein Superschulker Arnold. Was ist denn los? Bereust du, dass du die Spinne gegessen hast? Lass uns die Halluzinationen ausnutzen und uns ein paar andere Möglichkeiten ansehen. Hier ist Arnold. Er wurde von einer sechsäugigen Sandspinne gebissen. Ihr Gift verursacht innere Blutungen und Gewebsnekrosen. Und es gibt kein Gegengift. Und hier ist das Opfer eines Bisses von der laut Guinness Buch der Rekorde giftigsten Spinne der Welt. Der brasilianischen Wanderspinne. Ihr Biss führt in den meisten Fällen zum Herzstillstand. Aber zurück zu uns. Glücklicherweise sterben nur fünf Prozent der Erwachsenen an dem Gift der schwarzen Witter. Nach zwölf bis achtundvierzig Stunden mit schrecklichsten Qualen hört die Wirkung des Giftes auf. Arnold, nein, hör auf. Das ist doch nur eine kleine unschuldige Hausspinne. Die ist doch überhaupt nicht giftig. Das ist doch ein schönes, großes Gemüse. Hey, im Supermarkt wisst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40 Prozent Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Hä? Oh nein. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen, aber 2018 wurden in China zwei gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen Reihenfrau sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. Grisper Cas 9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Was? In einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Quale eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Grünüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael-Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitze-Gen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und? Das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich auf eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die Gentechnik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeits-Gen von Kriminellen zu entfernen. Das ist eine neue Stufe der Evolution. Träum süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los? Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Was? Willst du dir das Erdbeer-Gen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Korgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht, Arnold! Hör auf! Oh, ihr Götter! Was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Also, na ja. Was? Was? Papa! Hast du den Job als Pizzabote verloren? Stell dir vor, du hättest zwei Köpfe. Du wärst viel beliebter. Eben wäre viel interessanter. Du wärst schlauer und könntest endlich lernen, normal Fahrrad zu fahren. Sieh mal, das ist ja der gleiche Typ wie auf dem Plakat. Der Zirkusdirektor? Oh mein Gott, hat dieser Löwe tatsächlich den ganzen zweiköpfigen Kerl verschlungen? Nein, eigentlich. Die Köpfe scheinen ja unverletzt zu sein. Aber was wird nun passieren? Wird die große Show der Saison abgesagt? Hey, es scheint, dass der Direktor dich bemerkt hat und dich in der Besetzung haben will. Aber nur, wenn du zustimmst, dass diese beiden neuwertigen Köpfe an deinem Körper angenäht werden. Davon hast du doch schon immer geträumt, oder? Nun, da du zustimmst, solltest du mehr über die bevorstehende Operation herausfinden. Die erste erfolgreiche Kopftransplantation wurde 1908 von Charles Guthrie durchgeführt. Er hat sie allerdings an Hunden durchgeführt. Einer der Köpfe wurde verkehrt herum an den Hals eines Hundekörpers genäht. In den 1950er Jahren erreichte Demikoff die volle Funktionsfähigkeit eines zweiten Kopfes. Er transplantierte 20 Köpfe zusammen mit der vorderen Hälfte der Hunde. Dann wurde der Kopf eines Hundes auf den Körper eines anderen transplantiert. Und dann gab es ja noch einen Affen, der nach der Transplantation sogar versuchte, seine Ärzte zu beißen. Im Jahr 2013 kündigte Sergio Canavero Pläne für eine menschliche Kopftransplantation an. Die geschätzten Kosten betrugen 12,8 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 wurde unter seiner Leitung ein toter menschlicher Kopf auf eine Leiche transplantiert. Eigentlich passt das ganz gut, Arnold. Jetzt ist es an der Zeit, deine Rolle zu proben. Ich hoffe, du vermasselst es nicht und machst diesen schönen Köpfen Schande. Du wirst jonglieren müssen, während du mit deinem Einrad auf einem Sprungbrett durch brennende Reifen fährst. Juhu, es scheint ihnen nicht zu gefallen, dass du so dumm bist, Arnie. Versuche die Profis, die deinen Körper verweiten, nicht zu stören. Alles, was von dir verlangt wird, ist doch die Vorstellung nicht zu verderben. Große Premiere, alle Augen sind auf dich gerichtet, Arnold. Heute bist du der Hauptbestandteil der Show. Daumen drücken, Kumpel. Du machst das toll, nur noch ein bisschen mehr und... Ist das da drüben der Geier? Ist sie gekommen, um dich zu sehen? Nein, nein, lass dich nicht ablenken. Nicht jetzt, Arnold. Was für ein Trattel. Indem du versucht hast, ein Gentleman zu sein, hast du dich selbst und die True-Brüder in Ungnade fallen lassen. Das war doch der größte Reinfall, den dieser Zirkus je gesehen hat. Das sieht wirklich schlimm aus. Du musst sofort ins Krankenhaus. Du wirst es nicht bis zum Krankenhaus schaffen. Dein Herz könnte aufhören zu schlagen. Du brauchst eine Notfallbluttransfusion, um den Druck in deinem Kreislaufsystem aufrecht zu erhalten. Während des Vietnamkriegs wurden Kokosnussinfusionen zur Behandlung von Verwundeten eingesetzt. Erstaunlicherweise ist Kokosnusswasser dem menschlichen Blutplasma sehr ähnlich. Also, was haben wir? Cola? Okay, los geht's. Aber zuerst müssen wir das ganze Gas loswerden. Wenn das im Getränk enthaltene Gas in deine Blutgefäße gelangt, wird es dich buchstäblich von innen zerreißen. Cola enthält Zucker, Glucose. Das ist eine perfekte Quelle für schnelle Energie und macht dich richtig munter. Es scheint zu funktionieren. Die Cola hat sich in deinem Körper festgesetzt. Aber auch dein Aussehen hat sich ein wenig verändert, Kumpel. Sogar deine Haare haben eine andere Farbe. Dafür bist du auf der anderen Seite ein gern gesehener Gast auf jeder Kinderparty. Da nun das Koffein in der Cola durch deine Adern fließt, musst du nur noch alle drei Tage schlafen. Jetzt hast du viel mehr Zeit als normale Menschen. Sogar Profisportler trinken Cola für eine schnelle Dosis Energie. Und du kannst dir im nächsten Supermarkt immer Nachschub holen. Nein, hör auf, du Kamikaze-Spinner! Schon ein einziges Mentos kann dich in eine Boden-Luft-Rakete verwandeln. Keine Sorge, es wird dir nicht den ganzen Tag verderben. Cola hilft sogar gegen leichte Depressionen. Aber um ehrlich zu sein, Arnold, Cola in deinem Blut ist tatsächlich tödlich. Deine Augen, Nieren, Nerven und das Herz. Alles wird leiden. Das war aber schon klar. Was ist denn passiert? Wurdest du gerade von McDonald's gefeuert? McDonald's? Keine Sorge. Jeder Mensch hat irgendeine Tatsache. Zum Beispiel hast du von dem Mann aus China gehört. Der kam ins Guinness-Buch der Rekorde, weil er 57 Minuten lang nicht geblinzelt hat. Hallo, wo ist er denn nun? Arnold? Du hast den Rekord gebrochen? Wie? Du hast deine Augenlider angeklebt? Oh mein Gott, das ist wirklich gefährlich. Augenblinzeln ist wichtig, um deine Augen feucht zu halten. Unsere Tränen enthalten Antikörper, Misozyme und Elektrolyte. Ohne die sind deine Augen wehrlos? Ich fürchte, du wirst bald nicht mehr so schön lesen können. Die kleinsten Partikel in der Luft setzen sich auf den Augen ab und zerkratzen sie. Je länger du nicht blinzelst, desto krasser wird das Verlangen danach. Arnold, hier ist dein Geheimnis. Das Blinzeln hat eine weitere Funktion. Es sondert Informationen aus und erneuert deine Aufmerksamkeit. Heißen, je interessanter etwas ist, desto weniger möchtest du blinzeln. Versuch dich zu entspannen. Ja, ja. Ich denke, ein guter alter Schwarz-Weiß-Film wird es tun. Es gibt drei Arten von Tränen. Reflex, emotional und bazar. Weil deine Augen trocken sind, versuchen die Tränendrüsen den Feuchtigkeitsmangel auszugleichen. Äh, oh nein! Konnte ja keiner wissen, dass der Film eine nukleare Explosion enthält. Arnold, helles Licht tut dir weh, ne? Hm, deine Sicht wird schlechter. Die sind auch Anzeichen einer Bindehautentzündung. Die muss richtig behandelt werden und wird sicher nicht von alleine verschwinden. Sei vorsichtig, wenn du die Beipackzette liest, Arnold. Mit einer Weitsichtigkeit von plus fünf wirkt alles nahe ganz schön verschwommen. Bei Kurzsichtigkeit von minus fünf hast du jedoch Probleme beim Betrachten von Objekten in der Ferne. Ladies, aufhören! Mensch, der kann doch nicht sehen! Arnold, aufwachen! Sieht so aus, als ob dich der Sicherheitsdienst der Apotheke zusammengeschlagen hat. Also ich würde nicht lange unter solch unhygienischen Bedingungen leben wollen. Wie, wie? Du hast nicht die Kraft zu gehen? Und das hat unheimliche Ähnlichkeit mit den Symptomen einer adenoviralen Konjunktivitis. Die tritt auf, wenn die Netzhaut gerissen ist und das Virus eindringt. Arnold, aufstehen! Du kriegst ja Abszesse und wenn sich deine Netzhaut ablöst, bist du blind für immer! Gott sei Dank! Es sieht so aus, als hätte jemand den Krankenwagen gerufen. Was ist denn nun los? Arnold, das sind doch keine Geister! Das sind Ärzte! Halt! Das ist kein echtes Getreidefeld, in dem du dich verstecken kannst, sondern ein Bild! Sieht aus, als hätte jemand letzte Nacht Spaß gehabt! Und irgendetwas sagt mir, dass dein Gehirn wahrscheinlich genauso durcheinander ist wie dieses Zimmer. Du erinnerst dich wahrscheinlich an gar nichts mehr, oder? Bist du letzte Nacht endlich ein richtiger Mann geworden? Glückwunsch, Arnold! Das ist dein erster Krater! Und das sind die unangenehmen Folgen deiner neuen Bekanntschaft. Arnold, wie wäre es mit einem Prost auf deinen neuen Freund? Ah, ich verstehe natürlich. Was sein muss, muss sein. Oh, Arnold! Wolltest du wirklich eine lebenslange Erinnerung an dieses Ereignis schaffen? Sieh es doch mal so. Dann hast du wenigstens etwas, wovon du deinen Freunden später erzählen kannst. Wie du siehst, schaden die Folgen eines Katers nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch deinem Bankkonto. Boah, du warst gestern Abend an Großzügigkeit ja nicht zu überbieten, Arnold. Hab noch mal, du warst der King der Wartung. Und wo ist dein Zahn jetzt? Klingt da was? Nichts? Nein? Arnold, okay, das konntest du nicht wissen. Aber zu viel trinken führt zu aggressiven Verhalten. Und dafür hast du sicherlich einen Preis bezahlt. Oh, du hast eine Lösung gefunden. Zeit, Aspirin zu nehmen. Oh, warte, nein, du hast vergessen, deinen Erste-Hilfe-Kasten aufzufüllen. Aber wirklich, Arnold, all diese Probleme sind nur in deinem Kopf. Mineralwasser ist ein wahres Wunderwerk. Du bist dehydriert. Du musst nur das fehlende Wasser in deinem Körper wieder auffüllen. Was ist mit dem Jacuzzi? Ich verstehe total, wenn du nach der letzten Nacht mit dem Trinken aufhören willst. Aber so? Du hättest nicht gedacht, dass es so einfach ist, deinem Vater zu entkommen, oder? Jemand soll Spielberg anrufen? Wir haben einen Plan für einen neuen weißen Ei. Was ist los, Arnold? Rufst du einen Krankenwagen? Ah, du hast beschlossen, deine Kräfte mit leckerer Pizza aufzuladen. Aber du hast eine Sache vergessen. Alkoholgeruch. Das sind die Zerfallsprodukte von Ethanol, die im Körper entstehen, nachdem die Leber die Verarbeitung übernommen hat. Eines davon, die Essigsäure, hat einen besonders üblen Geruch. Hey, Arnold, bist du sicher, dass du nach dem Essen noch schlafen willst? Leider kannst du den Schlaf vergessen. Die Funktionen des Kleinhirns sind nach dem Alkoholkonsum beeinträchtigt. Sobald du deine Augen schließt, verfügt das Kleinhirn nicht mehr über genügend Daten zur Orientierung im Raum und beginnt kaputte Daten an die Großhirnrinde zu übermitteln. Sag Hallo zu Bettgespinsten. Armer Arnold, doch, es ist so schade, dich so zu sehen. Lass mich dir einen Rat geben. Im Moment wird dich eine Tasse heißer Tee retten. Wickle dich in eine warme Decke und schlafe so fest ein, dass dich kein Prinz mit seinem Kuss aufwecken kann. Arnold, ich habe dir doch gesagt, dass es helfen wird. Also, ich gratuliere dir zu deinem zweiten Geburtstag. Vergiss nicht, Arnold, hinter der Maske mancher Freude verbergen sich böse Dinge. Arnold, komm schon. Der Sponsor dieser Episode ist Raid Shadow Legends. Während Arnold behandelt wird, spielt Raid Shadow Legends. Ich bin verrückt nach diesem Spiel und den neuesten Updates. Insbesondere der Gruppenarena und dem neuen Bazaar. Endlich kann ich Erfahrungsbücher kaufen und meine Helden schneller verbessern. Suche nach meinem Clan MATM, um den Clanbus zu besiegen. Du kannst während des Spiels an besonderen Ereignissen teilnehmen. Es gibt eine große Anzahl von Fraktionen für jeden Geschmack. Mehr als 500 Champions. Du kannst Kampagnen, PvP-Schlachten und Fraktionskriege starten. Ich installiere das Spiel von meinem Link und erhalte 100.000 Silber und einen epischen Light Sworn Champion. Das Spiel ist völlig kostenlos und die täglichen Login-Belohnungen wurden auf 270 Tage verlängert. Hallo allerseits. Ich denke, ihr alle kennt diesen Rothaarigen ziemlich gut. Komm schon. Werd fertig mit deinem Burrito und lass uns in die Garage gehen. Ich will dir mein neues Verkleinerungsgerät für Menschen zeigen. Oh, du hast dein Burrito fallen lassen. Arnold, das willst du noch essen? Okay, die 5-Sekunden-Regel besagt, dass man fallen gelassenes Essen noch essen kann, wenn es nicht länger als 5 Sekunden auf dem Boden lag. Aber ich würde nicht. Arnold, was ist los mit dir? Tut dein Bauch weh? Das ist perfekt, um meinen Quanten-Resizer zu testen. und von innen herauszufinden, was dir weh tut. Setz das hier auf und ich werde dein Bewusstsein mit einer Nanokopie von dir verbinden und dich in deinen eigenen Körper reinbringen. Aber zieh zuerst deine Unterhose aus. Das ist der schnellste Weg, um dich ans Ziel zu bringen. Auf geht's! In deinem Burrito waren ein paar zu viele Eier von sehr schlauen Bandwürmern. Arnold, schau dir das an. Sie haben eine ganze Metropole in dir gebaut und sogar ein Zoo. Schauen wir uns den Zoo an. Am Montag gibt es 50% Rabatt. Mein Gott! Dies ist ein Zoo mit pathogenen Viren und Bakterien. Ich bewundere deine Eindringlinge. Spanische Grippe, Pest, Ebola, Tuberkulose, Schweine- und Vogelgrippe, Typhus, Pocken und eine Reihe anderer seltener Krankheitserreger an einem Ort. Schau, es gibt sogar meinen Favoriten. Das wenig untersuchte Coronavirus. Auch als traurige Pferdekrankheit bekannt. Hey Arnie, jetzt isst du nur noch hohes Fleisch wie ein Fleischfresser. Spürst du, wie schnell dein Adrenalinspiegel und deine Aggression steigen? Natürlich wird's dir schwerfallen zu kauen, denn die menschlichen Zähne sind nicht an den Verzehr von hohem Fleisch angepasst. Schneide es lieber in kleine Stücke, so wie es die alten Mongolen taten. Das berühmteste Gericht aus hohem Fleisch, Steak Tartar, ist nach ihnen benannt. Ohne Getreide, Gemüse und Obst kommt der Glucosefluss, der Treibstoff für deinen Körper, zum Erliegen. Deine Leber wird anfangen, ihr Fettspeicher zu verarbeiten, um den Energiebedarf deines Körpers zu decken. Und du wirst abnehmen bis zu 5 Kilogramm pro Woche. In der Zwischenzeit beginnen deine Muskeln zu dehydrieren und deshalb ist die Fleischdiät auch so beliebt bei Hollywoodstars und Supermodels. Der Cholesterinspiegel in deinem Blut wird ansteigen und, naja, seien wir mal ehrlich, du hast ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten. Aminosäuren werden deinen Darm füllen. Sie vermischen sich mit den Bakterien auf deiner Haut, was zu einem üblen Körpergeruch führt. Rohes Fleisch enthält einige gefährliche Mikroorganismen wie zum Beispiel E. coli, Salmonellen und Glysterien. Sie können Durchfall erbrechen und ein flaues Gefühl im Magen verursachen. Aber wenn sich dein Körper endlich an solche Lebensmittel gewöhnt hat, wirst du einen Energieschuh und körperliche Stärke spüren. Der Grund dafür ist ein erhöhter Testosteron- und Vitamin-D-Spiegel. Sogar Bruce Lee trank bei der Vorbereitung auf Kämpfe gerne ein großes Glas leckeren Frischfleisch-Smoothie. Unsere alten Vorfahren haben rohes Fleisch gegessen. Aber ihr Leben änderte sich für immer, als sie herausfanden, wie man Feuer benutzt und kocht. Das verkürzte die Zeit, die für die Verdauung benötigt wird, um zwei Drittel. Die Energienutzung verlagerte sich also vom Magen ins Gehirn und löste eine kognitive Revolution aus. Die Menschen begannen viel abstrakter zu denken. Und sie entwickelten die moderne Sprache. Infolge dessen entwickelte sich auch die moderne Zivilisation. Also iss, mein lieber Arnold, iss. Nachdem er Essen aus Asien und Europa getestet hatte, kehrte er nach Hause zurück, um etwas noch Exotischeres zu probieren. Platziere deinen Hintern und sag, was du zuerst isst. Los, Arnold, Elemenemiste. Der Biss einer Baby-Cobra kann einen 3-Tonnen-Elefanten töten. In ihren Körpern befindet sich fast keine Luft, aber die Schlangen können bis zu 10 Stunden lang die Luft anhalten. Der Magensaft verdaut sie in 1,5 bis 2 Stunden, als ob es ein Huhn wäre. Was oben reinkommt, muss durch den Anus auch wieder raus. Oh, guck, das ist Gift. Solange es nicht mit deinem Blut in Berührung kommt, passiert absolut gar nichts. Was zur Hölle? Wenn es aber in ein Geschwür oder eine kleine Wunde kommt, wirkt das Gift sofort. Lähmung, Krämpfe und nach 15 Minuten bist du ein Gonner. Aber nur, wenn du kein Gegenmittel hast. Okay, wer hat den Frosch reingelassen? Ein Gramm vom Gift von Philobates terribilis kann eine ganze Stadt töten. Tritt ein kleines Tier auf die Schleimspur dieses Frosches, tötet das Gift sofort. Selbst wenn du nur einen kleinen Tropfen des Giftes auf deine Haut bekommst, boom, bist du tot. Der Frosch wird 30 Sekunden nach dem Abtaugen in den Magen ohnmächtig und 10 Minuten später wartet ein schmerzhafter Tod auf dich. Und ein Gegenmittel für das Gift gibt es nicht. Brauchst also gar nicht erst suchen. Und wenn man das Gift eines Skorpions mit dem Gift der Philobaten mischt, erhöht sich die Stärke um das zwölffache. Das Gehirn arbeitet besser, wenn es viele Nährstoffe erhält. Das erreichen wir mit einer schnelleren Durchblutung. Ein Schuss Adrenalin erhöht deine Herzfrequenz auf 220 Schläge pro Minute. Und eine 40. Tasse Kaffee liefert alle 350. Wollen wir mal sehen, ob wir dein Gehirn genug genähert haben? Was aber, wenn wir dein Herz 300.000 Mal pro Sekunde schlagen lassen würden? Das Blut rast durch deine Venen 20 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Offensichtlich platzen alle Venen und Blutgefäße sofort. Und dein Herz kann sich nicht mehr zusammenziehen. Also werden wir dir ein Upgrade verpassen. Wir ersetzen dein Herz durch einen Motor und machen dein Blut zähflüssiger. Jetzt läuft alles ganz anders. In dieser Form bist du ein Übermensch. Alle Prozesse im Körper werden tausendfach beschleunigt. Das wird die produktivste Zeit deines Lebens sein. Mit einem solchen Gehirn kannst du Unternehmen gründen. Erfolgreicher als Google werden. Oder Einsteins Gravitationstheorie verfeinern. Aufgrund deines beschleunigten Stoffwechsels musst du jedoch fast immer auf dem Klo sitzen. Aber keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Dein Körper kann maximal zwei Stunden zu einem Stress standhalten. Und dann... Weil ich dein Herzschlag jetzt für eine Nanosekunde anhalten werde. Bleib ruhig, Erbsenhirn. Wir machen das hier der Wissenschaft zuliebe. Das Herz ist eine Pumpe, mit der sich Blut mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde durch den ganzen Körper bewegt. Der Weg, den das Blut zurücklegt, ist mehr als 100.000 Kilometer lang. Wenn all diese Gefäße in einer einzigen Linie angeordnet wären, würden sie sich zweimal um den Globus wickeln. Okay, also bin ich doch größer als die ganze Welt. Drei, zwei, eins, Start! Hat er sich in die Hosen gemacht. Es dauert 0,4 Sekunden, bis sich das Herz zusammengezogen hat. Und dasselbe, um sich auszuruhen. Alle Pausen im Leben agiert, ruht das Herz mehr als 20 Jahre. Daher wird niemand eine kleine Pause von nur einer Nanosekunde bemerken. Schau mal genau hin. Das Herz ähnelt einem zweistöckigen Haus. Es gibt oben zwei Räume, die als rechter und linker Vorhof bezeichnet werden. Und unten die Ventrikel. Im Normalmodus wird das Blut aus dem Vorhof mit einem solchen Druck in den Ventrikel gedrückt, dass das Blut hypothetisch mehr als 9 Meter oder fast 30 Fuß heraus spritzen könnte. Dann drückt der Ventrikel Blut in die Lunge oder die Aorta. Aber wenn der Ventrikel für mindestens 0,7 Sekunden stoppt, wenn alle anderen Teile des Herzens arbeiten, dann, wuuu, die Menge an Blut verdoppelt sich und das Herz zerreißt. Oh, verdammt. Lolita 97 hat ihn verbannt, nachdem er sich Hals überkoppelt in sie verliebt hatte und ihre Seite mit Liebeskommentaren füllte. Und du hast dich ja gut erholt und deinen Kummer mit Eis besiegt. Das ist doch ein ausgezeichnetes Thema für diese Folge. Mal sehen, wie viele Kilos du zulegen kannst. Kurz und knapp. Um zuzunehmen, musst du mehr und mehr Kalorien zu dir nehmen. Aufgrund deines Gewichts und faulen Lebensstils reicht es aus, sechs Snickerriegel pro Tag zu sich zu nehmen und Gewicht zuzunehmen. Wenn du 300 Kilogramm erreichst, solltest du bis zu 14 Riegel pro Tag mamfen. Und wenn du 2000 Kilogramm erreichen willst, musst du essen, essen, essen. Bis zu 17.000 Kalorien pro Tag. Bis zu 18.000 Kalorien. Bist zur astonsten получается? Bis zu 18.000��안 guter. Bis zum 18.000 eittes.